Willkommen zurück in Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben in der letzten Episode, haben wir hier gut auf die Mütze bekommen. Oktobogdo hat uns gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und uns auch gezeigt, warum Star Wars Jedi Fallen Order mit dem Soulslike Tag versehen wurde. Sei es in Artikel oder sonst wo. Und ja, das zu Recht. Wir haben uns hier One-Hit-Killed und wir haben alle EP verloren, die wir seit dem letzten Fähigkeits- und Upgrade gewonnen haben. Was macht der hier? Und ja, das ist schön. Ich liebe Herausforderungen und ihr wisst ja, ich liebe Souls, Sekiro und Co. Haben wir alle schon durchlitten hier auf dem Channel. Und so soll das sein. Ich werde irgendwann wieder zurückkehren, weil wir auf jeden Fall auf dem Planeten hier wieder noch weiter erkunden werden können. Wir sehen ja auch zum Beispiel, es gibt Bereiche, die können wir noch nicht erreichen mit unseren Fähigkeiten, Mobilitäten und den Fähigkeiten von BDE1. Und von daher, ja, hebe ich mir Oktobogdo auf für spätere Tage, wenn wir dann ein bisschen stärker sind. Wir werden dann zum Schiff zurückkehren. Ich wollte jetzt aber nochmal kurz zur Werkbank, die hier doch irgendwo war. Hier ist sie. Und wir spielen auch auf Jeddermeister. Das ist die dritthöchste Stufe. Oder die vorletzte Stufe. Eins höher als der Standard. Und das ist auch gut so. Ich denke, auf der Standardstufe ist es sonst zu einfach. Und ich habe da schon Bock drauf, dass das ein bisschen fordernder ist. Und da kein Problem damit, dass mir dann öfters mal mit den entsprechenden Bossen und Elite-Gegnern dann auch zu geben. So, guck mal, haben wir jetzt irgendwann, wir haben ein paar neue Sachen dazu bekommen. Ja, Mut und Weisheit, das sieht doch gut aus. Oh, ja, Mut und Weisheit, Schalter, pack mal rein. Mut und Weisheit, das brauche ich ja. Ja, das sieht aus wie, wie die Originalen, ne? Das sind doch die alten Standard. Aber da, da bleiben wir modern. Und ich habe jetzt auch Bock auf, guck mal, das Orange, wie das aussieht. Orange. Warte natürlich nur die Frage, wie Orange. Wir nehmen jetzt mal Geruch. Wobei ich immer noch der Fan bin von Blau. Blau ist schon super stylisch, wobei Rot ist halt auch. Ja, aber Grün ist das auch nicht schlecht. So, das habe ich auch nicht gescannt. Mein Freund, die Untersuchung der Kugel war lohnend. Geh mal kurz rauf. Habe ja gesagt, ich gehe da immer kurz rein, damit ihr das lesen könnt. Mein Freund, die Untersuchung der Kugel... Okay. Ach, schade, dass man den Sound nicht weiter im Hintergrund spielen lassen kann. Das ist etwas, was ich eigentlich gerne mache, gerade wenn es viel Text ist. Ich lese zwar gerne, aber es ist halt richtig gut, finde ich, wenn man dann die Möglichkeit hat, den Text dann sich einfach vorlesen zu lassen. So, wie kommen wir da hin? Wir kommen ja zum Schiff. BD-1. Mein Freund, beim Betreten des Gewölbes hat... Ich eine Vorahnung wie vor mir die Seffo. Ja, aus der Jetta, dessen Hologramm wir auch schon gefunden haben. Da ist das Schiff. Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Da geht's ja rum. Ich will ein bisschen parieren üben. Jetzt gerade bei solchen kleinen Gegnern, die... ...ganz komische Angriffs-Animation haben. Besonders gut. Weil das ist super wichtig. Also das hat schon den Souls-Charakter und... ...da habe ich früh gelernt, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist... ...zu lernen... ...oder das Parieren, das Timing fürs Parieren... ...reinzukriegen, weil... ...das mitunter eigentlich so die mächtigste... ...verteidigungsart ist. Und ich habe jetzt gerade... ...FPS Drops, wo immer... ...aber es ist die mächtigste Verteidigungsart... ...und die sollte man... ...woah... ...die sollte man verinnerlichen. Genau, hier sehen wir, das Ding ist rot. Also da müssen wir erst gucken, dass das BD-1... ...da nochmal geupgradet wird. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier können. Also hier... ...alles, was ich jetzt hier noch erkundet hatte, waren irgendwie... ...Geheimnisse. Deswegen verbote ich ja, dass es auf irgendeinem anderen Planeten ist. Hab dich. Komm her, BD-1. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord, wir reden drin. Oh, BD-1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter! Von meinem Sofa! Geh weg, geh weg! Raus hier! Das ist BD-1. Einer von uns. Mir egal, zu wem er gehört. Hast du ne Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sefo. Ein Jedi namens Eno Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holokron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal, Moment mal. Ein Holo, was? Holokron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaub, ich hab eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Obi-Wan Kenobi. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holokron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planetendatum ihr gesagt und über eine Seppo-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Wofi? Datumir oder Seppo? Du hast die Wahl. Hm, Datumir oder Seppo. Seppo klingt, äh, unattraktiver. Da gehen wir als erstes. Und mein Nachbar bohrt. Ich hoffe, das hört man dann nicht, wenn das jetzt zwischendrin mal eintritt. Ach, ist doch schön, Nachbarn zu haben. So, reisen wir nach Seppo. Mit Fjerk. Ich hoffe ja auf eine schöne Sequenz. Wenn die Orden wieder existiert, kommen dann die Jedi aus ihren Verstecken? Wie kommen sie darauf, dass es Jedi gibt, die sich verstecken? Ach, nur Neugier. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Als wir aufwuchsen, gab es Geschichten über den grünen, spitzurigen, legendären Jedi-Meister und... ...reden Sie von Meister Yoda? Geil. Ja, der ist wirklich eine Legende. Moment, was? Wer? Nein, nein! Ich rede von Meisterin Yadl. Aus dem Hohen Rat der Jedi, meinen Sie? Ja, wir haben alle unsere Träume, okay? Lassen Sie mir meine. Kein Problem. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Ey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Verstanden. Passt zu mit der Zeit. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zeffo sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich hab von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zeffo besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Ich bin gleich wieder da. Hey! Irgendwas brauchbares? Yes! Blau 1. Aber Rot ist halt schon geil. Weißroth. Ich liebe halt einfach die Kombination aus Weißroth oder Schwarzroth. Aber trotz EA poppt jetzt nicht irgendwie Cash-Shop auf mit 5 Euro für den BDI-Skin. Du hast den zwar bekommen, aber damit du den freischaltest, gib uns deine Kreditkarte. Ich war zwar gemein, aber die EA hat es immer noch verdient. So lange, bis sie lange, lange fairen Shit bringen. Einfach nur atmosphärisch. Gucken wir uns hier erst mal um. Jetzt aber auch fähig aus. Ich bin gespannt, was die Giga-Zero erwarten. Neues Poncho-Material. Entweder Standard sieht immer noch am besten aus. Es gibt auch für das Schiff, gibt's auch welche. Wer schießt da? Fall nicht zurück, BDI-1. Oh, ich dachte gerade, ah gut. Ah, hat das hier mal im Arm festgebissen? Wies. Das ist halt geil, finde ich, in dem taktischen Leitfaden. Die einzelnen, äh, Lebewesen. Aber tauchen die auf, tauchen die auf. Genau. Hier dann auch pro Planet. Ist da auch der Bock, doch. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschaltangriffen ab. Ah, okay. Extrem ausdauernd und resistent gegen nicht später. Was? Das haben wir gemampt. Octopocto ist nicht unser Freund. Ich glaube, Octopocto ist niemals das Freund. Das ist doch super. Jetzt weiß ich, ist, na. Willst du mich hören? Simperium, Sie haben Seppo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Greibern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Ah, das war ja mies. Mies. Ich brauche einen. Unser Kampfangriff wäre ja auch schön. Oh, ich gehe noch viel zu oft Schade rein. So viel üben. Das sieht nach geheimen Zeug aus. Ich hoffe, ich beginne jetzt nicht Octopocto-Schwester. Oder noch schlimmer, sei der Mut. Das Ding ist nicht verzeichnet. Ah, jetzt. Das Ding ist nicht verzeichnet. Das Ding ist nicht verzeichnet. Das Ding ist nicht verzeichnet. Vor allem haben wir von hier außen nicht gesehen, dass hier was geht. Das hat man aber nur durch Umschauen gesehen. Jetzt sieht man es, aber vorhin hat man es nicht gesehen. Oh, wichtige Erkenntnis. So, dass hier irgendwo noch ein Punkt, wo wir rasten können. Was böse ist, weil wir ja sterben. Dann dürften wir alle EP verlieren, bis... bevor wir überhaupt weggeflogen sind. Na gut. Das ist natürlich auch eine gute Parierübung. Was böse ist, wenn sie zwei Schüsse ineinander abfallen. Ah, komm schon, da kann man die hochkledern. Also rechts können wir das, da will ich mal kurz umgucken. Alter Falter, Optik. Deluxe, da oben zugestimmt. Wenn wir hochkönnen. Wenn wir hochkönnen. Ah, schade. Dieser Bereich ist gesperrt. Imperial Code 94364. Kein Verkauf oder Handel. Ich wollte schon sagen Stormtrooper Supermarkt, aber... Kein Verkauf oder Handel. So anhalten, drauf springen drüber? Gut idea oder bad idea? Seht mal, er hat Angst! Die Pause ist vorbei. Verfolgt ihn. Ich werde mit dir fertig. das ist unmöglich da schöne dich storm troopers 1 kampf leicht zu besiegen und gruppengefährlich ich gehe trotzdem kurz hoch weil ich es mir angucken will vielleicht ist ja trotzdem truhe da oder irgendwas was uns jetzt auf dem weg schon hilft gegner gegner und wunderbare aussicht da muss ich kurz den screenshot machen einmal gepost die erledigen wir noch ich brauche medizin medien das sind alles lügen das imperium wollte nur das land ich glaube schon ich kann dich da unten sehen das ist halt echt böse dass wenn ich den ersten reflektiere und der zweite kommt jetzt haarig ja guter nachbar bohre wir wollen ja kein atmosphärisches spiel mit einer immersiven stimmung erleben nein willkommen in meiner welt erst mal gemütlich ich werde ihn erschießen alles klar sie konnten dich nicht bewegen ich kann es schien wunderbar so also hier geht was rechts geht was schon lange kein meditationspunkt mehr gefahren aha danke aber ich weiß auch nicht wann ich speicherte ich glaube ab und zu mal aber hier ist es auf jeden fall sicher gespeichert jo das ist das ende dieser episode cool dass wir mit dem schiff unterwegs sind unterschiedliche planeten haben immer weiter noch sehr atmosphärisch und ja in der nächsten episode geht es weiter mit Kerl und mir möge die macht mit euch sein zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten